Wir haben Matthäus Kapitel 5 gelesen und das ist die Bergpredigt, die Bergpredigt ist die bekannteste Predigt in der Bibel, die immer wieder erwähnt wird, auch von Leuten, die gar nicht wissen, was in der Bergpredigt steht. Die Bergpredigt wird oftmals angeführt von Leuten, die keine Ahnung haben, was in der Bergpredigt steht, von Atheisten sogar. Und uns wird dann vorgeworfen, auch seid doch mehr, wie Jesus das gelehrt hat. Weil sie denken, dass es in der Bergpredigt und im Neuen Testament nur um Nächsten Bibel geht und um sonst gar nichts anderes. Aber natürlich gibt es viel mehr Themen in der Bergpredigt, deswegen möchte ich predigen über die Bergpredigt heute, Matthäus Kapitel 5. Aber ich werde besonders eingehen auf die Verse 3 bis 12, auf die sogenannten Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, das sind die Worte, in denen Jesus immer wieder sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen, das wird als Seligpreisungen bezeichnet. Und die Welt hat auch ihre eigenen Ideen, wer gesegnet ist. Ja, glückselig bedeutet gesegnet oder wer sich glücklich schätzen darf. Die Welt hat ihre eigenen Ideen, wer gesegnet ist. Die Welt würde sagen, glückselig sind die Reichen. Glückselig sind die, die nach ihrem eigenen Glück streben. Glückselig sind, die jeden Tag Spaß haben. Aber in Malachi Kapitel 3, Vers 15, da heißt es, das müssen wir nicht aufschlagen. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist genau das, was die Welt auch sagt. Und das sind Gottlose natürlich, die hier sprechen. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Die übermütigen, hochmütige, stolze, die einfach diese YOLO-Haltung haben. You only live once, die einfach ein hedonistisches Leben leben, einfach nur auf ihren eigenen Gewinn aus sind. Jetzt alles auskosten und wenn ich sterbe, dann ist alles vorbei. Dann bin ich halt einfach tot und fertig. Diese Haltung, die finden wir auch schon in der Bibel. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Aber was die Welt dabei missachtet, ist natürlich, was auf sie zukommt. Dass die Hölle auf sie zukommt. Dass sie bezahlen werden müssen, und zwar später. Jetzt haben sie ihren Spaß. Jetzt trachten sie nach dem, was ihnen gefällt. Dann werden sie aber später leider bezahlen müssen. Das, was die Welt dabei missachtet. Siehst du, Gottlose wollen jetzt Spaß haben. Jetzt sofort in diesem Leben alles auskosten. Alles ausleben. Einfach diese YOLO-Haltung haben. Und sich nicht um andere kümmern. Im Großen und Ganzen. Sie werden aber später bezahlen müssen. Dagegen wir als Christen, wir müssen vielleicht Leid ertragen. Wir müssen vielleicht Verfolgung ertragen. Wir müssen vielleicht Trauer ertragen. Jetzt in diesem Leben werden aber später belohnt werden. Siehst du, das ist der große Unterschied. Wir als Christen, wir machen im Grunde genommen das Gegenteil dessen, was die Welt macht. Oder wir sollten das Gegenteil dessen machen, was die Welt macht. Und der Titel meiner Predigt ist, wer wirklich gesegnet ist. Wer wirklich gesegnet ist. Es geht um die Verse 3 bis 12 in Matthäus Kapitel 5, um die Seligpreisung. Wir werden uns heute anschauen, wer wirklich gesegnet ist, laut der Bibel. Und siehst du, der Weg zu echtem Segen, laut der Bibel, ist kontraintuitiv. Was meine ich damit, mit kontraintuitiv? Es geht gegen unsere eigene Vorstellung, irgendwie noch unserem eigenen Glück zu trachten. Ich will Glück haben, also verschaffe ich mir selbst Glück. Also verschaffe ich mir selbst Freude. Also verschaffe ich mir selbst Reichtum. Das ist kontraintuitiv, was die Bibel sagt. Denn die Bibel sagt, glückselig sind die geistlich Armen. Die sind glückselig. Glückselig sind die Trauernden. Die sind glückselig. Glückselig sind die Sanfmütigen. Das ist nicht etwas, was unserer menschlichen Vorstellung entspricht, wie wir glücklich werden. Wie wir gesegnet werden. Schauen wir uns Vers 3 an. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist mit geistlich Armen gemeint? Und geistlich Armen, sollte man nicht falsch verstehen, dass damit irgendwie Schwachköpfe gemeint sind. Der ist ein bisschen arm im Geist. Der ist ein bisschen arm im Kopf. Das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern geistlich Armen. Oder Armen im Geist zu sein, bedeutet demütig zu sein. Schreibt mit mir Markus Kapitel 10 auf. Markus Kapitel 10. Die Bibel betont immer wieder im Neuen Testament, dass besonders arme Menschen gerettet werden. Dass arme Menschen demütig sind, das Evangelium annehmen. Und die hauptsächliche Zielgruppe des Evangeliums sind tatsächlich arme Menschen. In Matthäus Kapitel 11, Vers 4 bis 5, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es, Und Jesus antwortet so und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet ihm Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Also Armen wird das Evangelium verkündigt. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur zu Armen predigen oder dass wir nicht zu Reichen predigen sollten. Aber die hauptsächliche Zielgruppe des Evangeliums sind arme Menschen. Warum? Weil arme Menschen, die tatsächlich arm sind, die tatsächlich wenig Güter haben, meistens auch geistlich arm sind. Sie haben eine geistige Haltung der Demut, eine innere Haltung der Demut. Weil sie eben mit leeren Händen kommen. Sie haben vielleicht wirklich kaum etwas. Sie haben vielleicht wirklich zu wenig Lebensunterhalt. Aber auch geistlich gesehen kommen sie mit leeren Händen und sagen eben, Ich habe nichts, was ich dir bringen kann, Herr. Bitte rette mich. Und das ist die Haltung, die wir haben müssen. Das ist auch die Haltung, die reiche Menschen haben müssen, um gerettet zu werden. Richtig? Denn es erfordert etwas Demut zu sagen, ich kann nichts tun für meine Rettung. Ich komme mit leeren Händen. Bitte, Herr Jesus, rette mich. Aber das Problem ist, dass reiche Leute eben meistens nicht diese Haltung haben. Deswegen betont die Bibel eben, dass Amen zum Beispiel das Evangelium verkündigt wird. Und ich werde euch noch weitere Verse zeigen. Zum Beispiel, ihr bleibt weiter in Markus Kapitel 10, aber in Jakobus Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also wer wird wirklich reich gemacht von Gott? Sind das Reiche, die einfach nach ihrem Reichtum trachten, die einfach nur danach trachten, reich zu werden in diesem Leben? Nein, sondern die Bibel sagt, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt? Also die halt weltlich wirklich arm sind, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Warum? Weil arme Menschen eine Haltung der Demut haben, typischerweise. Nicht immer, aber typischerweise, im Gegensatz zu reichen Menschen. Sie sind geistlich arm, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir wollen uns heute anschauen, was der Weg zu echtem Segen ist, laut der Bibel. Wer ist wirklich gesegnet? Das sind nicht unbedingt die Reichen. Das sind nicht unbedingt die immer Freude ausstrahlen. Sondern glückselig sind die geistlich Armen zum Beispiel, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Sprüche Kapitel 11, Vers 28, nur ganz kurz. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Also demjenigen, der auf seinen Reichtum vertraut, wird der Gerechte gegenübergestellt. Warum wohl? Du musst gerecht sein, um in den Himmel zu kommen. Aber wie wirst du gerecht? Indem du auf den Herrn Jesus Christus vertraust. Nicht indem du auf deinen Reichtum vertraust. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Und das ist die Geschichte des sogenannten reichen Jünglings. Der wird meistens als reich der Jüngling bezeichnet in den deutschen Bibeln. Das ist einfach ein junger Mann, der zu Jesus kommt und der offensichtlich reich ist. Und fragt, guter Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ja, und in den Evangelien wird es verschieden formuliert. Aber das ist die Frage, die er stellt. Und er kommt natürlich sofort mit der Haltung von vornherein, was muss ich Gutes tun? Also er, erfahren wir von vornherein, vertraut natürlich auf seine guten Werke. Weil das reiche Leute eben typischerweise machen. Und Jesus versucht ihm aufzuzeigen, dass er natürlich nicht gerecht ist. Ja, dass er ein Sünder ist. Deswegen zählt Jesus eben ein paar Gebote auf. Und der junge Mann sagt dann, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Aber stimmt das wirklich? Hat er wirklich alles gehalten von seiner Jugend an? Natürlich nicht, das ist gelogen. Denn wir wissen ganz genau aus Römer Kapitel 3, Vers 10, ist keiner gerecht, auch nicht einer. Nein, er hat nicht alles gehalten von seiner Jugend an. Jesus versucht ihm eben aufzuzeigen, dass er ein Sünder ist, damit er gerettet wird. Ja. Da blickt ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Jesus möchte ihn retten und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Also er sagt im Grunde genommen, okay, du hast das alles gehalten von deiner Jugend an, aber eines fehlt dir. Das hast du bestimmt nicht gehalten. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es dir in den Arm. So wirst du deinen Schatz im Himmel haben. Komm, das kreuz auf mich und folge mir nach. Nun hier ist das Ding. Wir werden allein durch den Glauben gerettet. Ja. Aber was du erstmal verstehen musst, ist, dass du ein Sünder bist. Und an diesem Punkt war der junge Mann noch gar nicht angekommen. Deswegen hätte der junge Mann jetzt einfach reagieren müssen, indem er sagt, tut mir leid, ich habe doch nicht alle Gebote gehalten. Bitte vergib mir. Bitte rette mich. Aber was macht der junge Mann? Er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um den Herr und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Das ist Vers 24. Und das ist natürlich ein Vers, der verdreht wird von modernen Bibelübersetzungen, die dann sagen, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Wie schwer ist es, in den Himmel zu kommen. Wie schwer ist es, gerettet zu werden. Was? Das ist ein falsches Evangelium. Hey, gerettet zu werden ist leicht. Du musst einfach nur das Geschenk annehmen. Aber es ist schwer für diejenigen, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, weil sie nämlich stolz und hochmütig sind und sich denken, ich habe diesen Reichtum. Hey, ich habe alles. Ich habe keine leeren Hände. Ich bin reich. Ich habe Sicherheit. Ich habe Frieden. Ich habe Glück. Wozu brauche ich Jesus? Aber dieser Vers wird eben verdreht, natürlich in modernen Bibelübersetzungen. Überraschung. Und sie lassen eben diesen Teil weg. Wie schwer es ist, ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Das lassen sie weg, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzen sich sehr und sprachen untereinander. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickt sie an und sprach, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Es heißt nicht, dass Reiche gar nicht gerettet werden können. Aber wenn ein Reicher auf sein Reichtum vertraut, was typischerweise der Fall ist, nun dann wird er es schwer haben, ins Reich der Himmel zu kommen. Denn er wird sich abrackern und abrackern, gut genug zu sein, aber er wird es niemals schaffen, natürlich. Eine Ausnahme für einen reichen Mann, der demütig genug war, das Evangelium anzunehmen, gerettet zu werden, wäre zum Beispiel Josef von Arimatia. Und natürlich kannst du sagen, okay, wir lesen nicht schwarz auf weiß, dass Josef von Arimatia gerettet war, aber davon könnten wir ziemlich sicher ausgehen. Denn Josef von Arimatia war ein Jünger Jesu. Und es wird in der Bibel betont, dass er ein reicher Mensch war. Und ein modernes Beispiel für Josef von Arimatia wäre vielleicht dieser typische Jurastudent mit Juristeneltern oder Arzteltern, der an Porsche fährt und sich schon in seinen Zwanzigern um die Rente kümmert. Denn was war Josef von Arimatia für ein Mann? Er hatte schon zu Lebzeiten sein eigenes Grab. Und er ging eben zu Pontus Pilatus und hat um den Leib Jesu gebeten und hat ihm Jesus in sein Grab gelegt, das er im Felsen hatte aushauen lassen, sagt die Bibel. Also Josef von Arimatia hatte schon zu Lebzeiten sein eigenes Grab. Er hat sich schon zu Lebzeiten um seinen Tod gekümmert. Ich meine, gute Nacht, der hatte wahrscheinlich wirklich zu viel Geld. Aber was hat Josef von Arimatia gemacht? Er hat im Grunde genommen gesagt, was nützt mir dieses bescheuerte Grab? Er hat sich sozusagen arm gemacht und hat das Grab eben Jesus zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Prinzip, das wir in der Bibel eben finden, was wir hier auch rauslesen können als allgemeines Prinzip aus Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich arm, denn ihr ist das Reich der Himmel. Wenn wir uns arm machen, wenn wir Dinge aufgeben für den Herrn, wie zum Beispiel Josef von Arimatia sein Grab aufgegeben hat für Jesus Christus, dann wird Gott uns reich machen, dann wird Gott uns belohnen, eben gerade dadurch, dass wir uns arm machen. Und Josef von Arimatia wurde extrem belohnt. Ich meine, ist dir aufgefallen, dass er in der Bibel erwähnt wird? Ich meine, guck mal, wir sind hier über 2000 Jahre später und reden über Josef von Arimatia. Er wurde krass belohnt dafür, dass er einfach Jesus eben sein Grab zur Verfügung gestellt hat, dass er um den Leib Jesu gebeten hat bei Pontius Pilatus. Das ist eine große Ehre. Das solltest du nicht unterschätzen. In 2. Korinther 8, Vers 9, das müsst ihr nicht aufschlagen, da heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Siehst du, Jesus hat sich für uns arm gemacht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, hat sich für uns arm gemacht, damit wir reich würden. Und Jesus ist aber nicht arm geblieben natürlich, sondern was sagt die Bibel im Philippabrief, dass Gott ihm einen Namen verliehen hat, der über alle Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und so weiter. Also, Jesus Christus wurde natürlich dafür belohnt, dass er sich für uns arm gemacht hat. Das ist ein allgemeines Prinzip, das wir hier aus Matthäus Kapitel 5, Vers 3 rauslesen. Wenn wir uns arm machen, wird Gott uns belohnen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Was bedeutet das? Was ist die primäre Auslegung dieses Verses? Demütige Menschen, sie werden gerettet. Wenn du demütig bist, einfach sagst, ich komme mit leeren Händen, ich habe nichts zu bringen, bitte rette mich, dann ist das Reich der Himmel dein. Dann wirst du das Reich der Himmel erben. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr hast das Reich der Himmel. Siehst du, es lohnt sich arm zu sein. Das widerspricht dich nicht wahr, das ist kontraintuitiv, aber es lohnt sich arm zu sein. Hey, lieber arm sein und in den Himmel kommen, als reich sein und zur Hölle zu fahren. Heißt das, dass jeder Reiche zur Hölle fährt? Nein. Wir haben ein Beispiel dafür in der Bibel, dass Reiche gerettet wurden, aber typischerweise werden Reiche eben nicht gerettet, aber Arme werden gerettet. Und hey, was könnte der größte Reichtum sein, als ganz einfach gerettet zu sein? Damit bist du so viel reicher als jeder bescheuerte Milliardär dieser Welt. Als jeder Elon Musk und Jeff Bezos und wie sie alle heißen. Du bist so viel reicher. Nicht glückselig sind die Übermütigen, was wir in Malachi Kapitel 3 gelesen haben, sondern glückselig sind die geistlich Armen. Du willst, dass Gott dich reich macht? Ja, du willst echten Reichtum, der nicht verfliegt? Dann erstens, trachte nicht nach Reichtum. Ich meine, die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, Denn die, welche reich werden wollen, fallen Versuchungen und Fallstricke und viele Törrichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Trachte nicht nach tatsächlichem weltlichen Reichtum. Aber wenn du eben wirklich reich werden willst, Reichtum haben willst, der nicht vergeht, dann werde arm. Dann gib Dinge auf für den Herrn. Ich meine, was wäre, wenn ich dir sage, dass sich dieses Leben nicht um dich dreht? Dass sich diese Welt nicht um dich dreht? Was wäre, wenn ich dir sage, dass du dir nicht selbst gehörst? Was wäre, wenn ich dir sage, dass dein Leben nicht dir gehört, sondern dass du dem Herrn gehörst? Was wäre, wenn ich dir sage, dass Gott dich geschaffen hat, dass du ihm gehörst? Und dass du ihm sein Leben geben, ihm dein Leben geben solltest? Als Christ. Wir werden nicht dadurch gerettet. Das ist, was liberale Christen sagen, du musst Jesus dein Leben geben. Nein, Jesus hat sein Leben für mich gegeben, damit ich gerettet werde. Aber hey, wir sollten im Gegenzug Jesus Christus dienen. Wir gehören Gott. Was wäre, wenn ich dir sage, dass es in diesem Leben nicht um deine Freude geht, nicht um deinen Reichtum, nicht um das, was du willst, sondern um das, was der Herr will? Was wäre, wenn ich dir sage, dass es in diesem Leben nicht darum geht, dass du ein tolles Auto fährst? Was wäre, wenn ich dir sage, dass es in diesem Leben nicht darum geht, dass du heiratest und Kinder bekommst? Das ist nicht das Ziel dieses Lebens, sondern das Ziel dieses Lebens ist was? Dem Herrn zu dienen. Und du wirst vielleicht kritisiert von Verwandten dafür, wenn du wirklich als eifriger Christ Dinge aufgibst in deinem Leben. Dann sagen sie vielleicht, ach, du machst dich so arm. Du machst dich so arm dadurch. Du bist nur in der Kirche, nur in der Gemeinde, nur beim Seelengewinn. Du machst dich so arm dadurch. Aber weißt du was? Ja, ich mache mich arm. Richtig. Ich mache mich arm, aber dadurch werde ich reich. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Vers 4, Matthäus Kapitel 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wieder total das Gegenteil dessen, was wir uns vorstellen als Menschen. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Warum sind die geistlich Armen glückselig? Warum sind die Trauernden glückselig? Warum sind die Sanftmütigen glückselig? Warum sind die nach der Gerechtigkeit Hunger und Dürsten glückselig? Weil sie ein Ziel vor Augen haben. Sie haben ein Ziel, sie haben eine Garantie, dass sie etwas dafür bekommen. Das ist der Unterschied. Dagegen die Welt hat kein Ziel. Die Welt kann sich vielleicht Reichtum, materiellen Reichtum verschaffen in diesem Leben, aber was haben sie für ein Ziel? Sie haben überhaupt gar kein Ziel. Ihr Ziel wird der Tod sein, ihr Ziel wird die Hölle sein. Aber wir, wenn wir Trauer erfahren, wenn wir gedemütigt werden, wenn wir Erfolgung erfahren, wenn wir Leid erfahren als Christen, wir haben ein Ziel. Wir werden belohnt. Wir müssen nicht dafür bezahlen, wir bezahlen jetzt vielleicht, aber wir werden belohnt. Mehr als wir das verdient haben. Schlagt mit mir Lukas Kapitel 16 auf. Lukas Kapitel 16, ich lese währenddessen vor aus Johannes Kapitel 16, Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und ich will lieber, dass Gott meine Traurigkeit in Freude verwandelt. Wenn ich Trauer erfahren muss, hey, dann will ich, dass Gott meine Traurigkeit in Freude verwandelt. Denn was ich weiß, ist, dass diese Freude, die Gott mir geben wird, mir niemand nehmen wird. Das ist eine Freude, die die Welt nicht verstehen kann. Wenn du die Bibel liest, dann ist das eine Freude, die die Welt nicht verstehen kann. Egal, in welcher Situation du bist, du bist, egal, wie schlecht du dich fühlst, egal, wie hoffnungslos du gerade bist, liest die Bibel und du wirst Trost erfahren. Definitiv. Aber die Welt hat nicht diese Garantie. Die Welt hat keine Hoffnung. Die Welt kann sich nicht auf irgendetwas freuen, weil sie nichts Bleibendes hat. Aber ihr seid in Lukas Kapitel 16. Ich lese fort, Vers 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbaue mir dich über mich und sende Lazarus, dass ihr die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet. Du warst gepeinigt. Also das ist die berühmte Geschichte von dem reichen Mann. Ja, also wir haben hier wieder eben einen Reichen, der nicht gerettet war, und dem armen Lazarus. Und das ist kein Gleichnis. Leute versuchen das runterzuspielen, das ist kein Gleichnis, denn Lazarus wird über einen Namen genannt. Also was lesen wir hier? Der Reiche spricht, Vater Abraham, erbaue mir dich über mich und sende Lazarus, dass ich die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Aber was sagt Abraham dann? Bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet. Du warst gepeinigt. Siehst du, wir haben eben die Garantie, auch wenn wir total arm waren, auch wenn wir ein furchtbares, aus der Welt furchtbares Leben hatten auf dieser Welt, dann haben wir trotzdem die Garantie, dass wir getröstet werden. Aber was ist mit dem Reichen? Was passiert mit dem Reichen? Er hatte sein gutes Empfang. Er hatte sein weltlichen Reichtum. Aber jetzt wird er eben gepeinigt in der Hölle. Und hier ist das Ding, ich wünsche dir, dass du wohlhabend bist, ich wünsche dir, dass du ein gutes Leben lebst, aber nichts von dem weltlichen Reichtum steht in irgendeinem Vergleich zur Errettung. Wenn du nicht ewiges Leben hast, dann ist das alles nichts. Ein extremes Beispiel für einen Christen, für einen Mann Gottes, der Leid durchmachen musste, wäre zum Beispiel Hesekiel. Allgemein natürlich viele Propheten des Alten Testaments, die einiges, extreme Dinge durchmachen müssen. Aber besonders Hesekiel, Hesekiels Frau starb. Und was hat Gott ihm geboten, dass er nicht trauern sollte? Hesekiel durfte nicht trauern. Das ist ziemlich krass, oder? Und worum ging es? Dass er eben dem Herrn dient. Dass er dadurch eben eine Prophezeiung macht über Israel. Und ich werde jetzt nicht auf das Thema eingehen, ich werde jetzt nicht den Kontext erklären, weil es nicht das Thema der Predigt ist, aber Hesekiel musste einiges durchmachen. Seine Frau starb zum Beispiel, er durfte nicht darüber trauern. Aber glaubst du nicht, dass er innerlich sehr traurig war? Glaubst du nicht, dass es sehr schwierig war für ihn? Aber siehst du, Hesekiel wird stinkreich sein im Himmel. Hesekiel wird belohnt werden. Hesekiel hat Trost garantiert. Wir haben als Christen die Garantie, dass wir getröstet werden. Aber abgesehen davon hat Trauer auch einen guten Effekt. Wir brauchen Demütigung und Trauer manchmal, um zu wachsen. Die Bibel sagt, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt war, damit ich deine Satzungen lernte. Besser ist mir das Gesetz seines Mundes als Tausende von Gold und Silber. Also es ist gut für mich, dass ich gedemütigt war, damit ich deine Satzungen lernte. Ich meine, liebst du nicht Gottes Wort, willst du nicht die Bibel lernen, aber manchmal muss dich Gott demütigen. Manchmal muss dich Gott einfach eine Stufe runterbringen, wenn du gesündigt hast. Manchmal muss dich Gott züchtigen. Dann wirst du gedemütigt, dann wirst du vielleicht traurig sein, aber es ist gut für mich, dass ich gedemütigt war, damit ich deine Satzungen lernte. Und siehst du, das wird dann für dich wiederum Freude sein. Das wird dann für dich wiederum Trost sein. Siehst du, auch in Trauer, auch wenn wir gedemütigt werden, auch wenn wir etwas durchmachen, hey, wir haben Gottes Wort. Und wenn wir Gottes Wort lernen, was ist das für eine Freude? Was ist das für eine Freude, etwas Neues in Gottes Wort zu entdecken? Das ist eine Freude, die die Welt nicht verstehen kann, richtig? Besser ist mir das Gesetz seines Mundes als Tausende von Gold und Silber. Hey, nichts könnte mich so trösten, wie einfach die Bibel. Nichts. Du willst echte Freude haben, die dir niemand nehmen wird? Ertrage Trauer. Du willst, dass Gott dich reich macht? Werde arm. Du willst echte Freude haben, die niemand dir nehmen kann? Ertrage Trauer. Glückselig sind die Samtmütigen, Vers 5. Matthäus, Kapitel 5, Vers 5. Glückselig sind die Samtmütigen, denn sie werden das Land erben. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 37. Schreibt mit mir Psalm 37 auf. Und wenn wir ein Zitat aus dem Alten Testament finden, dann sollten wir immer zum Alten Testament zurückgehen, um zu gucken, was steht da im Kontext. Um einen besseren Überblick zu bekommen, was damit im Kontext gemeint ist. Und es ist so lustig, wie liberale Christen heutzutage eigentlich behaupten würden, dass Jesus manches aus dem Kontext gerissen hat. Denn siehst du, im Neuen Testament wird viel natürlich aus dem Alten Testament zitiert, aber es wird auch manchmal viel zusammengestückelt sozusagen. Zum Beispiel Römer Kapitel 3, das besteht aus vielen verschiedenen Zitaten aus dem Alten Testament, die sozusagen zusammengestückelt sind. Und würden wir das machen, dann würden wir beschuldigt werden. Auch ihr reißt das aus dem Kontext. Ihr teilt nicht Recht. Das Wort Recht teilen. Besonders die Dispensationalisten würden dann sagen, das war für Israel. Das ist aus dem Kontext gerissen. Das war nur für Israel. Das ist nicht für die Gemeinde. Aber nach ihrer Logik würde auch Jesus manches aus dem Kontext reißen. Aber ratet mal was, Jesus Christus ist Gott. Also das mal so als Bemerkung am Rande, aber ihr seid in Psalm 37, das ist das Buch in der Mitte in der Bibel. Psalm 37, lese vorab Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arklist übt. Stehe ab vom Zorn und lass den Grimm erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn haaren, werden das Land erben. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sandvonütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Das ist also das Zitat, Psalm 37, Vers 11. Aber die Sandvonütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Glückselig sind die Sandvonütigen, denn sie werden das Land erben. Und einfach nur als Randbemerkung, bevor ich hier weitergehe. Das, was wir hier lesen in Psalm 37, weiß ich, das ist nicht unbedingt etwas, was liberale Christen wahrhaben würden, oder? Ich meine, die Psalmen, die werden so als tröstendes Buch empfunden und das ist zum großen Teil auch korrekt. Und die Psalmen werden gerne gelesen von Leuten, die sich nicht wirklich für andere Teile der Bibel interessieren. Offen gesagt, das heißt nicht, dass das Buch der Psalmen nicht dein Lieblingsbuch sein darf. Es ist eines meiner Lieblingsbücher. Aber in dem Psalm finden sich so viele Lehren, die heutigen Christen ganz einfach komplett ablehnen würden. Ist dir das mal aufgefallen? Ich meine, hier heißt es zum Beispiel, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die auf den Herrenhaaren werden das Land erben. Das ist nicht etwas, was heutige Christen wahrhaben wollen, oder? Dass zum Beispiel die Homos, die du mit offenen Armen empfangen hast, ausgerottet werden. Dass zum Beispiel die Moslems, mit denen du einen interreligiösen Dialog haben wolltest, ausgerottet werden. Dass du selbst ausgerottet wirst, weil du das falsche Evangelium glaubst. Aber was bedeutet jetzt eigentlich Sanftmut? Lassen wir uns weitergehen. Matthäus Kapitel 5, Vers 5, Glückselige sind die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Was bedeutet Sanftmut überhaupt? Das ist kein Wort, das wir normalerweise verwenden im heutigen Sprachgebrauch. Aber Sanftmut laut Wiktionary bedeutet eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonderes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Das ist eine korrekte, biblisch korrekte Definition. Eine Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt. Zum Beispiel heißt es über Moses, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden war. Niemand war sanftmütiger als er. Und das wird in einem Kontext gesagt, in dem er von Aaron und von Miriam Widerstand erfahren hat. Sie haben gegen Moses rebelliert. Und in diesem Kontext ausgerechnet heißt es eben, dass Moses der sanftmütigste Mann auf Erden war. Warum? Weil er eben Kränkungen ertragen hat. Er ist dabei nicht in Zorn geraten. Und was hat Gott gemacht? Gott hat dann Aaron und Miriam gestraft, weil er eben die Rache Gott überlassen hat. Er war sanftmütig. Und wir sollten sanftmütig sein als Christen. Wir sollten Dinge ertragen. Siehst du, warum warum sollten wir sanftmütig sein? Weil wir das Land erben werden. Was meine ich damit? Siehst du, heutzutage haben wir so viele korrupte Regierungen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt nur eine gerechte Regierung gibt in dieser Welt. Wir haben korrupte Regierungen. Besonders in Deutschland haben wir eine korrupte Regierung. Nicht wahr? Eine korrupte, antichristliche Regierung. Wir erfahren Verfolgung als Christen. Als echte Christen, die wirklich die ganze Bibel predigen. Widerstand gegen uns als Christen erfahren wir. Aber siehst du, das sollten wir alles ertragen. Ganz einfach sanftmütig sein und alles ertragen. Alles hinnehmen. Keine Weltverbesserer sein. Das wird vielleicht von euch nicht gefallen, aber wir sollten keine Weltverbesserer sein. Wir sollten das alles ertragen. Warum? Weil wir das Land erben werden. Siehst du, diese Welt, die wird zugrunde gehen. Lasst uns das einfach alles ertragen. Ja, korrupte Regierungen, Verfolgung, Leid, lasst uns das einfach alles ertragen. Warum? Wir werden diejenigen sein, die das alles erben werden. Und wir werden dann mit Christus herrschen und regieren. Also warum interessierst du dich dafür? Warum willst du ein Weltverbesserer sein? Du kannst die Welt nicht verbessern. Wir werden das Land erben. Gemeintes damit ist, wir werden die ganze Erde erben. Ja, wir werden das Land erben. Wir werden eben nicht nur das Himmelreich erben. Glückselig sind sie die geistlich arm, denn ihr ist das Reich der Himmel. Wir werden nicht nur das Reich der Himmel erben, sondern wir werden auch das Land erben. Also wir werden als Gegensatz eben auch die Erde erben. Die ganze Erde. Und das ist eine Lehre, über die du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, dass wir die ganze Erde erben werden. Dass wir tatsächlich auf die Erde zurückkehren und auf der Erde herrschen und regieren werden mit Christus. Und das wird vielleicht abgetan als irgendwie Lehre von den Zeugen Jehovas. Aber das stimmt nicht, denn was die Zeugen Jehovas lehren ist, dass nur die 144.000 in den Himmel kommen. Und das ist nicht, was die Bibel sagt, richtig. Wir werden alle in den Himmel kommen, weil die Bibel eindeutig lehrt in 1. Thessalonischer Kapitel 4, dass eben die Entschlafenen in Christus auferweckt werden und dann werden wir mit ihnen zusammen entrückt. Es werden also alle Christen bis zu dem Zeitpunkt entrückt in den Himmel. Es kommen natürlich alle Menschen in den Himmel, aber an jeder Irrlehre, ob das von den Zeugen Jehovas ist oder von der katholischen Kirche, ist natürlich irgendwie ein Funke Wahrheit dran. Ja, wir werden auf die Erde zurückkehren. Das, was die Bibel lehrt. Und viele Christen haben, glaube ich, die falsche Vorstellung, dass die Erde ganz einfach aufhört zu existieren. Aber das ist nicht wahr. Denn ihr müsst das nicht aufschlagen in Prediger Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Frage, wie lange bleibt die Erde? Die Erde bleibt ewiglich. Das ist die Antwort der Bibel. Auf der anderen Seite haben wir auch Verse, wo es dann heißt, dass die Erde vergehen wird. Ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir haben diese Aussagen in der Bibel. Aber was damit gemeint ist, dass die Erde in diesem heutigen Zustand, wie sie ist, mit ihrer Gottlosigkeit, mit all der Ungerechtigkeit, dass sie in diesem heutigen Zustand vergehen wird. Aber sie wird nicht komplett aufhören zu existieren. Das heißt, der Planet Erde wird nicht aufhören zu existieren. Und Gott wird dann eine neue Erde schaffen. Aber das wird eben keine komplett neue Erde sein, sondern sie wird neu sein, weil sie eben komplett anders sein wird als der vorherige Zustand der Erde. Er wird die Erde verwandeln. Und dann heißt es eben im Petrusbrief, das ist 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Diese Erde bleibt für immer. Aber sie wird eben verwandelt werden. Genauso wie wir verwandelt werden. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Aber es wird kein komplett anderer Körper sein, sondern es wird ein umgestalteter, verwandelter Körper sein, der nicht mehr sterben kann. Offenbarung 21, Vers 7, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, der wird mein Sohn sein. Wie viel werden wir erben? Und das ist eine wunderbare Lehre, mit der du dich beschäftigen solltest. Ich meine, die meisten Christen haben das nicht auf dem Schirm. Wir werden alles erben. Wir werden die ganze Erde erben als Christen. Wir lesen auch, dass die Heiligen die Welt richten werden. Die ganze Welt. Und deswegen sage ich eben, dass wir alles, was wir hier durchmachen, ganz einfach ertragen sollten. Es wird vorbei sein. Ja, es wird alles vorbeigehen. Was interessiert dich das? Regierungen werden korrupt sein. Ja, Gottlos werden Gottlos sein. Ungerechte werden ungerecht sein. Lass sie doch ungerecht sein. Du wirst sie nicht ändern können. Willst du die Welt verbessern, dann gehe Seelen gewinnen. Aber du wirst dadurch eben nicht die ganze Welt verbessern. Du wirst nur Mensch für Mensch, jeden einzelnen Menschen, verbessern können. Ich meine nicht jeden einzelnen Menschen, aber eben einzelne Menschen, Mensch für Mensch, wirst du verbessern können. Indem du sie rettest. Aber es wird sich nicht jeder retten lassen. Die wenigsten werden sich retten lassen. Deswegen wird die Welt immer gottlos bleiben. Aber wir werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Aber warum heißt es, dass nur die Sanftmütigen das Land erben werden? Oder man könnte sich denken, dass nur die Sanftmütigen, die eine sanftmütige Haltung haben, die Zäune ertragen, nur die werden das Land erben. Nun, das Ding ist, jeder wird natürlich, jeder Christ wird im Millennium auf die Erde zurückkehren. Wir werden entrückt werden, Gottes Zorn wird ausgegossen werden, jetzt nur mal als kurze Zusammenfassung, Gottes Zorn wird ausgegossen werden, während wir im Himmel sind. Und wir werden dann zurückkehren und tausend Jahre mit Christus herrschen und regieren. Und dann werden Gesetze auf dieser Erde gelten, die endlich gerechte Gesetze sind. Denn welche Gesetze werden durchgesetzt werden von Jesus? Gottesgesetze. Gesetze, die Christen heutzutage nicht wahrhaben wollen, richtig? Sowas wie Todesstrafe zum Beispiel. Das wird durchgesetzt. Und dann wird hier endlich für Gerechtigkeit gesorgt. Wir werden herrschen mit Christus. Aber die Sanftmütigen, ja, die, die werden eben Belohnungen dazu haben. Ja, wir können uns Belohnungen im Himmel sammeln. Und nicht jeder wird dasselbe Maß an Macht haben im Millennium, im tausendjährigen Reich. Nicht jeder wird über zehn Städte herrschen. Manch einer wird eben nur eine sehr kleine Aufgabe bekommen. Ein anderer, der eben ein wirklich guter, eifriger Christ war, der wird vielleicht über zehn Städte herrschen. Oder über ganze Länder, über ganze Staaten herrschen. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Nicht jeder Christ ist sanftmütig. Nicht jeder Christ wird dieselben Belohnungen bekommen. Aber wenn wir eben einfach sanftmütig sind, einfach alles ertragen, einfach alles durchmachen und einfach nur Christus dienen, uns nicht ablenken lassen, hey, dann werden wir Belohnungen im Himmel haben. Und wir werden mehr Autorität bekommen, zum Beispiel im Millennium. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Siehst du, die meisten Leute, die vorgeben, nach Gerechtigkeit zu hungern, die sehnen sich nicht wirklich nach Gerechtigkeit. Ich meine, ist das nicht die typische Aussage von Atheisten? Diese Welt ist so ungerecht. Diese Welt ist so ungerecht. So viel Leid. Wie kann Gott das alles zulassen? Aber du bist selbst ungerecht. Du bist selbst nicht gerettet. Das ist eine bescheuerte Aussage. Wie kann Gott das alles zulassen? Du bist doch selbst nicht gerettet. Du trachtest doch selbst nicht nach Gerechtigkeit. Wie viele Atheisten, die mit diesem bescheuerten Argument kommen, würden sagen, Matthäus Kapitel 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Denn wer wird Gerechtigkeit schaffen können? Nur Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Die meisten Leute, die nach Gerechtigkeit hungern, die missachten dabei, dass diese Gerechtigkeit, die Gott bringen wird, sich gegen sie selbst richten wird. Sie werden zur Hölle fahren. Dadurch wird Gott Gerechtigkeit schaffen. Unter anderem. Als Christen, ich habe es schon vorher angeschnitten, sind wir keine Weltverbesserer. Wir sollten nicht irgendwie nach Weltfrieden streben. Wir sollten nicht nach Klimagerechtigkeit streben. Das, was die EKD macht, die evangelische Kirche Deutschlands, diese Kirche der Hunde, die kümmert sich um Klimagerechtigkeit. Was für ein Schwachsinn. Was für ein dummer Müll. Wollen sie Gottes gerechten Zorn aufhalten, oder was? Ich meine, Gott wird für einen Klimawandel sorgen, der so heiß sein wird, dass alle verbrennen werden. Gott wird für einen Klimawandel sorgen, dass sogar die Elemente schmelzen werden. Dass alles zergehen wird auf der Erde. Wollen sie Gottes gerechten Zorn aufhalten, das ist Schwachsinn. Aber wir sind als Christen keine Weltverbesserer. Wir können keinen Weltfrieden hervorrufen. Das wird nicht funktionieren. Und weißt du, warum das eigentlich gefährlich ist, diese Weltverbessererhaltung zu haben als Christ? Weißt du, wer für Weltfrieden sorgen wird, oder es zumindest versuchen wird, das wird der Antichrist sein, bevor Jesus Christus kommt. Denn was wird der Antichrist machen? Er wird alle Nationen vereinen. Dass alle ihn anbeten, alle dieselbe Sprache sprechen. Es wird einfach eine Weltregierung sein. Und er wird dann eben Weltfrieden schaffen. Es wird natürlich kein echter Weltfrieden sein. Denn Christen werden nicht dabei mitmachen, wir werden erkennen, dass es der Antichrist ist und nicht wirklich Christus. Oder was ist mit linksextremen Anarchisten? Werden die sich dem Antichristen unterordnen? Höchstwahrscheinlich nicht. Echten Weltfrieden wird es nur dann geben, wenn Christus herrscht und regiert auf dieser Erde. Und Gott sei Dank wird Christus herrscht und regieren auf dieser Erde. Wir lesen das eben in Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vergiss diesen Teil nicht. So auch auf Erden. Und welche Gesetze werden dann durchgesetzt? Biblische, alttestamentliche Gesetze. Richtig. Die Gesetze, die heutigen Christen am liebsten aufheben wollen. und dann Gott sogar bezichtigen, indirekt homophob zu sein. Kein Witz. Ich habe diese Flachzange auf YouTube gesehen, die uns beschuldigt hat, irgendwie Fake-Baptisten zu sein. Ja, und die haben mich im Grunde genommen indirekt beschuldigt, ja, dass ich ja einfach nur Pastor Anderson nachlabere. Ja, dieser Idiot, der labert einfach nur Pastor Anderson nach. Was für ein Schwachsinn. Also als Fake-Baptisten bezeichnet. Und hat behauptet, dass wir homophob seien. Aber er hat gleichzeitig zugegeben, dass das, was wir gesagt haben, was wir gelehrt haben aus der Bibel, zumindest im Alten Testament ja korrekt war. Nun, weißt du was? Aus seiner Sicht, und ich werde diese Flachzange nicht beim Namen nennen, weil der Typ einfach nur so ein Schwachkopf ist. Der hat es nicht verdient, geehrt zu werden. Er bezeichnet damit im Grunde genommen Gott als homophob. Er beleidigt Gott. Was für ein Lästerer. Ein Homophob. Was für ein Schwachsinn. Welche Gesetze werden wohl gelten im Millennium, wenn Christus herrschend regieren wird? Gerechte Gesetze. Und was sind die einzig gerechten Gesetze? Die Gesetze der Bibel. Überraschung. Erst wenn wir herrschend regieren mit Christus, wird es wirklichen Weltfrieden geben. Aber die Leute, siehst du, die Leute, die sich selbst Gerechtigkeit schaffen wollen, die werden keine Gerechtigkeit bekommen. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Das heißt, sie haben keine Gerechtigkeit. Sondern sie hungern und dürsten danach. Vielleicht ihr ganzes Leben lang. Aber sie sind glückselig, weil sie Gerechtigkeit bekommen werden. Wenn du sagst, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, wenn du dich somit sehnst nach Gottes Reich auf Erden. Du wirst es bekommen. Du wirst Gerechtigkeit bekommen. Ich meine, was für eine tolle Zusage, oder? Siehst du, wir haben als Christen ein Ziel vor Augen. Die Welt hat kein Ziel vor Augen. Die Welt hat keine Garantie, dass sie zufriedengestellt werden. Die Welt hat keine Garantie, dass sie zufrieden bekommen werden. Wir haben die Garantie. Und deswegen sind wir eben glückselig. Auch wenn wir aus Sicht der Welt vielleicht verfolgt werden, erdrückt werden, niedergemacht werden, Leid ertragen müssen. Wir machen uns selbst arm. Dadurch, dass wir eben Dinge aufgeben. Dass wir vielleicht unsere Karriere aufgeben. Ich meine, einfach ein ganz einfaches Beispiel. Was wäre, wenn du deinen Job aufgibst, um zum Beispiel nach, lass mich überlegen, Vorzeilen zu ziehen? Ich habe gehört, da wird es, so Gott will, eine Kirche bald geben. Ich meine, wie wäre es, wenn du eben etwas Weltliches aufgibst, um dem Herrn zu dienen? Weißt du was? Gott wird dafür sorgen, dass du zumindest genug zu essen haben wirst. Wir werden niemals wirklich reich sein in diesem Leben, aber wir werden immer genug zu essen haben. Diene dem Herrn. Gib was auch für den Herrn. Und wenn wir eben, aus Sicht der Welt arm sind, wenn wir aus Sicht der Welt verfolgt werden und jetzt machen wir die Christen fertig und jetzt haben wir sie. Hey, wir sind reich. Wir haben die Garantie, dass wir belohnt werden. Wir haben die Garantie für ein wirklich gutes Leben. Du gselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das reichte Himmel. 2. Petrus 3, Vers 13. Ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es nochmal ganz kurz. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wann wird es Gerechtigkeit geben hier auf dieser Erde, wenn es eine neue Erde sein wird? Wenn Gott diese Erde verwandeln wird. Erst dann. Wünschst du dir nicht, dass auch dein Nächster Frieden haben wird, Gerechtigkeit erfahren wird, dein Nächster, der zur Hölle fährt, dass er Frieden hat? Wünschst du dir das nicht? Dann wünsche ich dir das nicht nur, dann träume dich nur darüber, dass du jemanden retten könntest, sondern erbarme dich wirklich über deinen Nächsten und geh Seelen gewinnen. Matthäus Kapitel 5, Vers 7, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Du willst wirklich reich werden? Dann werde arm. Du willst wirklich Freude haben? Ertrage Trauer. Du willst Gerechtigkeit erfahren? Ertrage Ungerechtigkeit. Matthäus Kapitel 5, Vers 7, glückselig sind die geistlich Armen, sorry, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Schreibt mit mir Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 13 auf. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 13. Wir sollten als Christen barmherzig sein. Warum? Weil Gott barmherzig ist, weil Gott uns Gnade erwiesen hat. Extrem große Gnade. Gnade, was bedeutet das? Dass wir es nicht verdient haben. Genauso sollten wir auch anderen mit Barmherzigkeit, mit Gnade entgegenkommen, die sie nicht verdient haben. Weil wir alle Sünder sind. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 13. So zieht nun alles Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Fällt dir auf, dass es ein ziemlich hoher Standard ist? Ich meine, wie viele Sünden hat Gott mir vergeben? Alle meine Sünden, oder? Er hat alle meine Sünden vergeben und vergessen. An ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr denken, sagt die Bibel. Gott denkt noch nicht mal mehr an unsere Sünden. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Das heißt, wenn jemand gegen dich sündigt, ein Bruder, du solltest ihm alles vergeben. Aber was ist, wenn er siebenmal gegen mich sündigt? Aber was sagt Jesus dazu? Auch wenn er siebzigmal siebenmal gegen dich sündigt, soll es ihm vergeben. Das ist ein ziemlich hoher Standard und wir werden natürlich niemals wirklich diesen Standard erreichen. Ehrlich gesagt. Und ich meine, ich kann mich hier nicht wirklich bei diesem Thema als was für ein Vorbild hinstellen, denn das ist schwierig, Menschen einfach zu vergeben, richtig? Ich meine, seien wir ehrlich zu uns selbst, das ist schwierig, wirklich einfach hundertprozentig Barmherzigkeit zu haben, einfach alles zu vergeben. Und manchmal musst du Menschen vergeben, die dich vielleicht nicht um Vergebung gebeten haben. Ja, und ich spreche jetzt besonders von Brüdern. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Du solltest deinem Bruder alles vergeben. Und hier ist aber das Problem an der Sache, dann gibt es diese weichgewaschenen Christen heutzutage, für die einfach nur alles Vergebung ist und alles Liebe und alles andere in der Bibel missachten und die dann Ungläubigen erzählen, dass sie ihren Vergewaltiger vergeben müssen. Irgendwie ihren pädophilen Vergewaltiger müssen sie vergeben. Oder sie müssen, was weiß ich, irgendeinem Serienmörder vergeben. So schwachsinnige Beispiele bringen, wo dann Atheisten sich denken, an diesen Gott will ich nicht glauben. Das ist ungerecht. Und sie haben recht, das wäre ungerecht. Was Christen wirklich lernen sollten, ist die Verwerfungslehre. Was Christen wirklich lernen sollten, ist, hey, dieser pädophile Vergewaltiger, der fährt zur Hölle. Der hat keine Chance mehr gerettet zu werden. Gott vergibt ihm nicht. Aber was sagt die Bibel hier in Kolosser 3, Vers 12, Vers 13? Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also es geht hier hauptsächlich um Brüder natürlich. Denn wem hat Christus alles vergeben? Christen. So auch ihr. So sollten auch wir vergeben. Das heißt nicht, dass wir Ungläubigen gar nicht vergeben sollten, logischerweise. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ich wollte das erwähnen eben, weil ich nicht will, dass Leute das in den falschen Hals bekommen und irgendwie denken, ach, als Christ, da müsste ich jedem Serienmörder und Psychopathen müsste ich alles vergeben. Nein. Gott hat sich eine besondere Strafe in der Hölle für diese Leute ausgedacht. Und Gott wird für Rache sorgen, für Genugtuung sorgen. Ja. Aber besonders, wenn es um Brüder geht, wenn wir jetzt einfach von normalen Menschen sprechen, du solltest vergeben. Du solltest alles vergeben, was dein Nächster dir antut. Und ich spreche jetzt, wie gesagt, eben nicht von irgendwelchen Ausnahmen, von irgendwelchen kranken Psychopathen oder so, sondern ich spreche von dem Normalfall. Okay. Auch, wenn deine ungläubigen Eltern vielleicht dir irgendwas antun sozusagen, dich irgendwie beleidigen, sie haben vielleicht etwas dagegen, dass du Christ bist, dass du Jesus zu 100% dienst mit deinem Leben, dass du eben so viel Zeit in der Kirche verbringst und sie beleidigen dich halt irgendwie, dann heißt sowas, dann vergib das doch. Ich meine, sollten wir als Christen nicht ein Vorbild sein in Vergebung, in Nächstenliebe? Ist das nicht ein großes Thema in der Bibel? Ich meine, das ist nicht alles in der Bibel, aber das ist ein großes Thema nicht, oder? Ich meine, sagt die Bibel nicht, sagt nicht Jesus Christus selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite sind vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Worin wird das ganze Gesetz zusammengefasst? In Nächstenliebe. Ist das nicht das, was uns wirklich auszeichnen sollte als Christen? Wir sollten anderen nicht nur Brüdern, sondern auch Ungläubigen Nächstenliebe entgegenbringen, Vergebung entgegenbringen, Langmut entgegenbringen, Sanftmut. Ja, wie es ja heißt, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Aber besonders unseren Brüdern sollten wir vergeben, egal wie oft sie gegen uns sündigen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass wir mit den Brüdern Frieden haben. Und was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Siehst du, wenn wir unbarmherzig sind und alles nachtragen, Gott wird unbarmherzig sein. Du kannst nicht einfach darauf zählen, dass Gott dir barmherzig sein wird, wenn du nicht barmherzig bist. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wird jeder Barmherzigkeit erlangen? Nein. Nicht jeder Christ. Manche Christen werden hart bestraft und werden keine Barmherzigkeit von Gott erlangen, weil sie unbarmherzig waren. Und das wolltest du dir hinter die Ohren schreiben. Du willst, dass Gott dir gnädig ist? Du willst, dass Gott dir deine Sünden vergibt? Du willst weiter in Jesus Christus dienen? Wie wäre es, wenn du anfängst, barmherzig zu sein? Ich meine, Gott hat buchstäblich deinen Atem in der Hand. Gott hat dein Leben in der Hand. Gott kann einfach so machen und du machst und du stirbst. Gott kann schnipsen und du bist tot. Ich meine, natürlich ist das extrem, was ich jetzt beschreibe, aber Gott kann das tun, nicht wahr? Ich hoffe nicht, dass es jemandem von euch passiert. Wir sollten barmherzig sein, wenn du willst, dass Gott dir vergibt, vergib lieber anderen. Das ist ein biblisches Prinzip, das wird oftmals in der Bibel gelehrt. Wir finden das dann auch in Matthäus Kapitel 6. Lass mich das schnell aufschlagen. In Vers 12 und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Oder ich meine Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Schreibt dir das in die Ohren. Aber wir sollten uns auch erbarmen über Ungläubige im Sinne von Seelen gewinnen, nicht wahr? Das ist die beste Art und Weise, wie wir Ungläubigen Barmherzigkeit, Gnade entgegenbringen können. Nächstenliebe. Judas Vers 22 bis 23 sagt, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das von Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also über die einen, sagt die Bibel, sollen wir uns erbarmen, wir sollen ihnen viel Gnade entgegenbringen, sie reagieren vielleicht eher auf die Liebe Gottes und wir werden sie dadurch gewinnen für Christus. Anderen müssen wir eher die Furcht Gottes zeigen. Und das ist natürlich jetzt eine sekundäre Anwendung, die ich hier bringe von dem Vers, von Matthäus Kapitel 5, Vers 7, Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die primäre, hauptsächliche Anwendung wäre natürlich, hey, wir sollten barmherzig sein, wenn wir wollen, dass Gott uns barmherzig ist. Ja. Aber sekundäre Anwendung wäre durchaus Seelengewinn. Ja, wir wollen barmherzig sein, den Ungläubigen gegenüber, den Verlorenen gegenüber. Willst du nicht, dass der Nächster gerettet wird? Wir sollten ihnen Barmherzigkeit entgegen bringen. Aber durchaus andere brauchen eher die Furcht Gottes. Und was wir ihnen eher predigen sollten, ist nicht unbedingt die Liebe Gottes, sondern eher Gottes Furcht, dass sie zur Hölle fahren werden. Und gerade viele Männer betrifft das, denke ich. Ich meine, als Männer haben wir nicht unbedingt so ein großes Bedürfnis an Liebe. Ja, natürlich hat jeder ein Bedürfnis an Liebe, aber als Mann hat man typischerweise kein so großes Bedürfnis an Liebe. Und wir würden meistens eher auf Gottes Furcht reagieren. Und ganz ehrlich, der Grund, warum ich gerettet wurde, ist, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Ich wollte einfach nicht zur Hölle fahren. Ich hatte Schiss davor. Und das ist ein guter Grund, gerettet zu werden. Ich meine, die Bibel sagt, andere aber rette es mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also, du willst, dass Menschen die einfach vergeben und vergessen, vergib anderen, ohne, dass sie dich darum bitten. Das musst du auch manchmal machen. Und ich meine, wir wollen doch ein reines Herz haben. Wir wollen doch im Reinen sein mit den Brüdern und nicht andauernd ein bedrücktes Herz haben, dass wir uns selbst damit fertig machen, was andere uns angetan haben in der Kirche. Lass es doch einfach gehen. Lass es doch einfach sein und sei doch einfach trotzdem freundlich zu deinen Brüdern. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist ein Vers, der häufig falsch verstanden wird und von vielen falschen Propheten auch bewusst verdreht wird. Sie würden zum Beispiel Hebräer 12, Vers 14 aufschlagen zu dem Thema und das ist ein korrekter Parallelfers, aber sie verdrehen diese Verse. Hebräer 12, Vers 14 sagt nämlich, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sie sagen dann, siehst du, wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast, dann bist du nicht gerettet. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann bist du nicht gerettet. Aber das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, stand da, dass jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt. Wir werden durch Glauben gerettet, nicht dadurch, dass wir unser Leben heiligen, dass wir unser Leben verbessern. Siehst du, wenn jemand einfach gerettet wird, an den Herrn glaubt und dein welches Leben lebt, dann rate mal, was er ist gerettet. Warum? Weil er an den Herrn geglaubt hat. Römer Kapitel 4, Vers 5 Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Siehst du, dein Glaube wird dir trotzdem als Gerechtigkeit angerechnet, auch wenn du ein gottloses Leben lebst, auch wenn du gar keine guten Werke vorzuweisen hast, auch wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast. Jagd nach dem Frieden, mit dir der Mann und der Heiligung und die jemand den Herrn sehen wird. Siehst du, wenn du keine Heiligung hast in deinem Leben, wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann warst du nie wirklich gerettet, so nach dem Motto. Das, was die Kalbinisten sagen würden, Hunde wie John Piper, John MacArthur und so weiter. Aber hier ist das Problem an der Sache, wenn sie das einfach so schwarz-weiß auf die Rettung beziehen, die Bibel sagt in Sprüche 20, Vers 9, ihr müsst das nie aufschlagen, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin reingeworden von meiner Sünde. Niemand kann sagen, ich habe mein Herz geläutert. Geläutert, was bedeutet das? Du musst einfach nur den Vers weiterlesen, ich bin reingeworden von meiner Sünde. Also lauter zu sein, bedeutet rein zu sein. Das ist einfach nur ein älteres Wort. Also wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert? Das ist eine rhetorische Frage. Niemand kann das sagen. Niemand hat wirklich sein Herz gereinigt. Müssen wir ein reines Herz haben, dann müssen wir, also um gerettet zu werden, müssen wir ein perfekt reines Herz haben. Gar keine Sünde haben. Trifft auf niemanden zu. Aber ja, es ist natürlich Irrlehre, zu behaupten, du musst dich irgendwie heiligen, um gerettet zu werden. Aber wenn wir jetzt Matthäus 5, Vers 8 oder auch Hebräer 12, Vers 14 einfach auf die Rettung beziehen, okay, kann man machen, aber dann lass uns das biblisch auslegen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 8, ihr müsst das nie aufschlagen, Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und ich habe jetzt leider den falschen Vers mir aufgeschrieben, in meinen Notizen. Tut mir leid. Aber die Bibel sagt auf jeden Fall, dass Gott ihre Herzen durch Glauben gereinigt hat. Das wäre ein anderer Vers, vielleicht finde ich den auch viel schneller. In Apostelgeschichte 15 ist er hoffentlich auch. Siehst du, unsere Herzen werden gereinigt durch den Glauben. Genau, das in Apostelgeschichte 15, Vers 9, das wäre der richtige Vers, da heißt es, da machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Wie bekommst du ein reines Herz in Bezug auf die Errettung, um in den Himmel zu kommen, durch den Glauben. Aber ich glaube gar nicht, dass es die primäre Anwendung ist von dem Vers in Matthäus Kapitel 5, Vers 8, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich glaube nicht, dass es hier primär um die Errettung geht. Ich glaube, die hauptsächliche Anwendung von dem Vers ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und wünschen wir uns nicht alle diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn, dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir etwas Neues aus der Bibel lernen, dass wir eingeweiht werden quasi in tiefergehende Lehren der Bibel, dass Gott uns dabei hilft, sein Wort mehr zu verstehen, dass wir im Glauben wachsen und dass wir brennende Liebe haben für den Herrn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Hey, das sollten wir uns wünschen. Und das, was damit gemeint ist, hauptsächlich, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Wir werden niemals, oder was heißt niemals, aber wir werden in diesem Leben nicht Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber die Bibel sagt zum Beispiel über Moses, dass der Herr mit ihm redete von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wir wollen, dass Gott unser Freund ist, nicht wahr? Dass Gott auf unserer Seite ist, dass wir ein Freund Gottes sind, so wie Mose, wie Abraham. Und dazu sollten wir ein reines Herz haben. Dazu ist Heiligung notwendig, denn du wirst keine innige Gemeinschaft haben mit dem Gottesuniversum, wenn du einfach ein weltliches Leben lebst. Und da wären wir schon wieder beim Thema 1. Johannes. Ich bin immer noch dabei, eine Predigserie durch 1. Johannes zu predigen. Da geht es sehr viel um Gemeinschaft mit Gott, wie wir in der Gemeinschaft wachsen können. Und wir müssen uns heiligen, nicht um gerettet zu werden. Wir bekommen ein reines Herz, wir bekommen ein geheiliges Herz durch den Glauben. Aber wir müssen ein gerechtes Leben leben, uns heiligen in diesem Sinne, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Gott zu schauen. Glückselig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Psalm 27, Vers 4. Da sagt die Bibel, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Gemeinschaft mit dem Herrn haben, das hat nicht jeder Christ. Nicht jeder Christ lebt ein heiliges Leben. Nicht jeder Christ erfährt es, was für ein Glück ist, in diesem Leben schon Gemeinschaft mit Gott zu haben. Siehst du, aus Sicht der Welt könnten die Seelurchpreisungen ziemlich negativ sein. So warte mal, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, was soll mir das, was bringt mir das? Aber hey, wir sollten das alles durchmachen, weil wir Belohnungen dafür bekommen, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Und eigentlich mit das höchste Ziel ist es was? Gott zu kennen, Gott zu lieben. Und wie erreichst du das? Indem du ein reines Herz hast, indem du Dinge aufgibst, die die Welt haben will, weil sie denkt, dass sie dadurch glücklich wird. Du wirst kein reines Herz haben, wenn du mit deinen besoffenen, dummen Freunden jeden Samstag auf Party gehst und ein beschissenes Zeugnis bist. Dann wirst du kein reines Herz haben. Und das wirst du garantiert wissen, denn hier ist der Unterschied. Ungläubige, die können in der Welt leben und haben Freude daran, ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr Gewissen springt vielleicht gar nicht mehr an, weil sie so abgestummt sind. Aber der Unterschied zu einem weltlichen Christen ist, dass der weltliche Christ zumindest durch den Heiligen Geist weiß, dass dies und das falsch ist. Das ist der gewaltige Unterschied. Er kann in der Welt leben. Er ist trotzdem gerettet. Wir wissen das. Aber der Unterschied ist, dass er weiß, dass er in Sünde ist. Wird er Freude haben? Wird er Gemeinschaft mit dem Herrn haben? Auf keinen Fall. Sprüche 3, Vers 32. Ihr müsst es nicht aufschlagen, nur ganz kurz, denn der Herr hat Gräuel an dem Abtrünnigen und sein Geheimnis ist bei den Frommen. Wenn du Gottes Geheimnis erfahren willst, tiefer in die Bibel einsteigen willst, etwas Neues selbst aus der Bibel lernen willst vielleicht, denn die Bibel ist so ein tiefgehendes Buch, du kannst die Bibel dein ganzes Leben lang lesen, du wirst immer was Neues lernen können, aber du wirst nichts Neues lernen, wenn du nicht, wie es hier eben heißt, entspricht 3, Vers 32, wenn du nicht Frommen bist. Sein Geheimnis ist bei den Frommen. Nicht bei jedem gottlos lebenden Christen, sondern bei den Frommen. glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ein wichtiger Schritt, um sich zu heiligen, um ein gerechtes Leben zu führen, wenn nicht der wichtigste Schritt ist, Seelen gewinnen zu gehen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die Friedfertigen, was mit Friedfertigen gemeint? Man kann auch sagen Friedensstifter oder Leute, die eben für Frieden schaffen, die Frieden herstellen. glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Schlagt Matthäus Kapitel 5 auf, Matthäus Kapitel 5, ich lese währenddessen vor aus Psalm 120, Vers 6 bis 7, ihr schlagt Matthäus Kapitel 5 auf, ab Vers 43, ich lese vor aus Psalm 120, lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Wie können wir friedfertig sein? Wie können wir für Frieden sorgen? Wie können wir Friedensstifter sein? Zum Beispiel, indem wir hart gegen Sünde predigen. Wir müssen hart gegen Sünde predigen, gegen ein gottloses Volk, das sich vom Herrn abwendet, das gegen den Herrn lästert. Gegen dieses Volk muss gepredigt werden. Und was sagt die Bibel? Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Sind wir für den Krieg? Ach, ihr als Christen, ihr seid so hasserfüllt. Ihr Hassprediger, wie könnt ihr so einen Hass predigen? Hey, wir sind für Frieden. Wir versuchen euch zu helfen, damit ihr umkehrt und endlich gerettet werdet und Gottes Zorn entgeht, ein gerechtes Leben lebt und nicht untergeht, zusammen mit diesem gottlosen Volk. Ach, ihr seid so hasserfüllt. Es ist interessant, wie die Bibel immer aktuell ist, oder? Ich bin für den Frieden. Doch wenn ich rede, ja, wenn ich predige, dann sind sie für den Krieg. Wir sind nicht für Krieg, wir sind friedfertig. Wir wollen Frieden schaffen. Aber dazu muss man Leuten die harte Wahrheit sagen. Wir werden keinen Frieden schaffen, indem wir einen interreligiösen Dialog haben mit Gottes Hassern, wie zum Beispiel Juden, die eine andere christliche Religion haben. wir werden nicht Frieden schaffen, indem wir einen interreligiösen Dialog haben mit Moslems, in deren bescheuertem Buch steht, dass Gott keinen Sohn hat. Was für eine Lästerung. Dadurch wird dieses Land keinen Frieden erfahren. Dann werden nur noch mehr Moslems kommen, zum Beispiel. Und das ist das Ding. Wir verkündigen Moslems beim Seelenkewinner des Evangeliums. Wir lieben sie. Wir wollen sie retten. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten nicht gerettet werden, sondern dass sie in ihrer gottlosen Religion bleiben und noch mehr dafür sorgen, dass Deutschland ja, zur Hölle wird. Aber siehst du, wir brauchen eben in Deutschland zum Beispiel die Scharia. Kein Witz. Wir brauchen das in Deutschland. Warum? Weil Deutschland gottlos ist. Wenn ein Land gottlos ist, dann wird Gott ein gottloses Volk bringen, das hartere Gesetze mit sich bringt. und das dann dieses Volk unterdrücken wird. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Ja, wir sollten Friedensstifter sein, wir sollten Frieden schaffen durch Seelengewinn, durch harte Predigt gegen Sünde. Wir sollten Frieden schaffen durch, ja, dass Gottes Wort gepredigt wird. Und so Gott will, werden wir eine Gemeinde in Pforzheim haben und diese Gemeinde wird für Frieden sorgen, wird eine friedensstiftende Gemeinde sein. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir natürlich keine Weltverbesserer sind. Ja, wie gesagt, wir werden nicht die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen. Wir werden nicht die Welt verbessern. Es wird nicht geschehen. Aber wir können zumindest, das ist das Wichtigste, bei einem einzelnen Menschen für Frieden sorgen. Ihr seid in Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Vers 43, da heißt es, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, weil ich euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was bedeutet das? Solche Verse lassen sich schnell falsch verstehen. Oh, warte mal, also was bedeutet das? Muss ich friedfertig sein, um ein Sohn Gottes zu sein? Das könnte natürlich nicht stimmen, denn wir werden durch den Glauben gerettet. Also was ist damit gemeint mit Söhne Gottes, dass sie Söhne Gottes heißen werden? Nun, es heißt hier eben auch in Matthäus Kapitel 5, Vers 45, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Was damit gemeint ist, dass wir uns als Söhne Gottes erweisen, dass wir uns als Söhne Gottes zeigen. Ja, wenn wir eben Nächstenliebe üben, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch Beleidung verfolgen. Wenn wir das tun, dann werden wir uns als Söhne Gottes erweisen. Dann werden andere sagen, ja, das sind Söhne Gottes, denn die tun tatsächlich, was die Bibel sagt. Das sind keine Heuchler. Das sind, ja, das sind Christen, ja. Die tun wirklich, was die Bibel sagt. Das sind Söhne Gottes. Die werden Söhne Gottes heißen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Wir sollten uns erweisen, als Söhne Gottes zeigen, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir Kinder Gottes sind, und wenn wir im Fleisch wandeln, dann wandeln wir immer eben noch in dem exakt alten Menschen, wie er vorher war. Wenn ich im Fleisch wandle, dann bin ich immer noch exakt der alte Anselm wie vorher. Und der alte Anselm ist kein Sohn Gottes, richtig? Der alte Anselm ist einfach von der Welt, ist einfach rein biologisch, ist einfach Fleisch, ist einfach Sünde. der neue Anselm, nur der ist von Gott, mein innerer Mensch, der Geist, der geistliche Mensch, der in Gerechtigkeit geschaffen ist, sagt die Bibel. Der ist ein Sohn Gottes. Aber wenn ich eben im Fleisch wandle, dann erweise ich mich nicht als Sohn Gottes, dann zeige ich nicht, dass ich ein Christ bin. Nur wenn ich im Geist wandle, deswegen heißt es eben, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. In Matthäus Kapitel 5, Vers 45. Das ist ein Geist wandeln und dann sind wir Söhne unseres Vaters im Himmel, weil wir dann eben in der neuen Kreatur wandeln, die wirklich aus Gott geborgen ist. Aber unser hauptsächlicher Dienst als Söhne Gottes ist es eben, Frieden zu schaffen. 2. Korinther 5, Vers 18. Ihr schlagt bitte auf, Epheser Kapitel 6, Vers 14 bis 15. Ich lese vor aus 2. Korinther 5, Vers 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Ja, Leute sagen immer, ja, wir können niemanden retten. Nur Jesus rettet. Aber warte mal. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Frage, wer hat den Dienst der Versöhnung heutzutage? Wir als Christen. Ja, wir als Christen retten Menschen. Und das ist unsere hauptsächliche Aufgabe in diesem Leben. Frieden zu schaffen, indem wir das Evangelium verkündigen. Denn wir haben als Christen den Dienst der Versöhnung. Epheser 6, Vers 14 bis 15. Epheser 6, Vers 14 bis 15. Da heißt es, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angezahnt mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wie schaffen wir Frieden? Durch das Evangelium. Und wir müssen einfach nüchtern feststellen, wir werden diese Welt eben nicht als Ganzes verbessern können. Wir können aber für Frieden schaffen bei einem einzelnen Menschen. Für Frieden sorgen, den er dringend nötig hat. Und das ist das Wunderbarste, was es gibt. Hey, wir können Menschenleben wirklich verändern. Wir können einen Menschen retten vor der Hölle, dass er nicht zur Hölle fährt. Unsere Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Das, was ihr heute getan habt in Pforzheim und ihr hattet großartige Ergebnisse. Ich meine, 19 Errettungen habe ich gehört, das ist unfassbar. Da habt ihr super Arbeit gemacht und das freut mich echt. Und wir können großartiges tun für den Herrn. Auch in einem Land, das irgendwie diesen Ruf hat, überhaupt nicht empfängt zu sein für das Evangelium. Aber 19 Leute gerettet und dabei nur 11 Seelengewinner, das ist eine sehr gute Zahl. Also nicht zu negativ denken. Römer Kapitel 5, Vers 1, da sagt die Bibel, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Diese Welt als Ganzes wird niemals, zumindest solange Christus hier nicht herrscht, wird niemals Frieden mit Gott haben. Aber einzelne Menschen können Frieden mit Gott haben durch den Glauben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir sollten Friedensstifter sein, glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist, was uns als Christen ausmachen sollte, als Söhne Gottes, dass wir Frieden schaffen, dass wir Seelengewinnen gehen. Das ist unser hauptsächlicher Dienst, das was die Bibel damit sagen möchte. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dann gehen wir weiter zu Vers 10, Matthäus Kapitel 5, Vers 10. Und ich komme langsam zum Ende dieser Predigt. Matthäus Kapitel 5, Vers 10, da heißt es, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch mähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Profilen verfolgt, die vor euch gewesen sind. Warum freuen? Warum freuen, wenn wir verfolgt werden? Wenn wir Leid ertragen müssen? Wenn andere uns fertig machen? Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. Wir haben ein Ziel vor uns, wir haben Lohn vor uns, wenn wir verfolgt werden. Und das ist ein Lohn, den du unbedingt haben möchtest. Ich meine, willst du nicht Gottes Segen haben? Ich will Gottes Segen haben. Ich will sowas durchmachen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch mähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden und meinetwillen. Ja, wenn sie dich in den Dreck ziehen und dich vielleicht beim Arbeitgeber anschwärzen oder dir Dinge vorwerfen, die du gar nicht getan hast. Dir zum Beispiel vorwerfen, zum Mord aufzurufen. Was für ein Schwachsinn. Die dir einfach furchtbarste Dinge vorwerfen. Weißt du was? Glückselig bist du. Wenn Leute dich in den Dreck ziehen, dich falsch beschuldigen, wenn sie dich verfolgen, wenn sie dich mähen, lügnerisch, jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Aber der Punkt ist eben um meinetwillen. Nicht um deiner Sünde willen, sondern um Jesu Christi willen. Siehst du, es sollte bei Verfolgung nicht um dich gehen, sondern es sollte bei Verfolgung um Jesus Christus gehen, weil du Jesus dienst. Und das sollte das Ziel in deinem Leben sein. Nicht reich zu sein, nicht fröhlich zu sein. Und hey, wir wollen alle Freude haben, aber echte Freude bekommst du wie? Indem du dem Herrn dienst. Und indem du manchmal eben auch Trauer durchmachst und Verfolgung durchmachst. Aber du wirst eben belohnt werden dafür. Und wenn wir Verfolgung erleiden, dann wird Christus wirklich geart. Weil es bei Verfolgung nicht um uns geht. Wenn du verfolgt wirst um deines Willen, dann würde es bedeuten, dass du irgendwie was Schlimmes getan hast. Höchstwahrscheinlich. Dass du irgendwie eine Sünde begangen hast. Deswegen wird es verfolgt. Deswegen solltest du nicht verfolgt werden. Wegen deiner Sünde. Sondern weil sie Christus hassen. Und das ist für uns Christen einfach nur unvorstellbar. Ich meine, Jesus hat alles für sie getan, auch für die Leute, die uns verfolgen. Nicht wahr? Aber so ist diese Welt. Warum sollten wir uns freuen? Nun, weil wir Lohn bekommen werden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und weil wir geehrt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das heißt, wenn du verfolgt wirst, dann wirst du, ich meine, wenn du wirklich verfolgt wirst. Und ich spreche hier nicht davon irgendwie, dass deine Freunde nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du jetzt Christ bist. Das ist keine Verfolgung. Ja. Komm runter. Das ist keine Verfolgung. Wenn Leute dich schlecht behandeln, wenn Leute dich beleidigen, wenn Leute sich über dich lustig machen als Christ. Das ist keine Verfolgung. Ja, wenn du wirklich verfolgt wirst, wenn du, ja, in den Dreck gezogen wirst, falsche Anschuldigungen kommen gegen dich auf, du wirst verfolgt, dass du vielleicht sogar fliehen musst oder irgendwas, oder du kommst ins Gefängnis, oder was auch immer mit dir passieren kann. dann wirst du verglichen mit Propheten. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und ich meine, das ist ziemlich cool, oder? Ich meine, wir wollen doch mit Propheten verglichen werden. gerade wenn wir eben Gottes Wort predigen und Seelengewinn gehen und uns Propheten als Vorbild nehmen. Hey, wir wollen sein wie die Propheten des Alten Testaments. Das ist doch eine große Ehre, mit Propheten verglichen zu sein. Auf der anderen Seite sagt die Bibel aber, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten getan. Mir fällt ein Beispiel dazu ein, eine Gemeinde in Görlitz, über die ein katholischer Geistlicher gesagt hat, dass es eine sehr gute Gemeinde sei. Ein katholischer Geistlicher sagt über eine Freikirche in Görlitz, dass sie eine sehr gute Gemeinde sei. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten getan. Wenn wir verfolgt werden, wird es einfach verbreitet. Christus wird geehrt. Wir tun einen großen Dienst für Christus und wir werden Freude haben. Freut euch und jubelt. Schreibt mit mir Hebräer Kapitel 11 auf. Hebräer Kapitel 11. Apostelgeschichte 5, Vers 41 sagt, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, also voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie wurden gewürdigt. Das war die Haltung der Apostel. Das ist die Haltung, die wir haben sollen. Aber ich möchte nur mal kurz auf Vers 10 eingehen, wo es eben heißt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir hatten schon die ähnliche Verfolgung, die, Verzeihung, ähnliche Formulierung gesehen in Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er soll das jetzt heißen, dass wir verfolgt werden müssen, damit wir in den Himmel kommen? Wäre natürlich Schwachsinn. Das ist natürlich nicht, was die Mühle sagt. Siehst du, lass mich dir das so erklären, diesen Vers. Du kannst in den Himmel kommen, du kannst aber auch in den Himmel kommen. Das klingt vielleicht nach der gleichen Sache, aber es ist nicht die gleiche Sache. Denn ihr seid in Hebräer Kapitel 11, in Vers 35, da heißt es, Hebräer 11, Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Deswegen sage ich eben, du kannst zwar in den Himmel kommen, weil du eben geistlich arm warst, du warst demütig, hast du das Evangelium angenommen, du kannst aber auch in den Himmel kommen, mit Reichtum in den Himmel kommen, Belohnungen im Himmel haben. Du kannst eine bessere Auferstehung bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will diese bessere Auferstehung. Aber dazu musst du eben einiges hinnehmen. Du musst eben jetzt erstmal einiges hinnehmen, jetzt vielleicht bezahlen sozusagen, aber du wirst belohnt werden später. Garantiert. 2. Petrus 1, Vers 10 bis 11. Ihr schlagt bitte Markus Kapitel 10 auf Markus Kapitel 10. Ich lese vor auch 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10 bis 11. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Reiters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Der Eingang ins Reich unseres Herrn und Reiters Jesus Christus wird dir sowieso gewährt werden durch den Glauben. Aber der Eingang kann dir auch reichlich gewährt werden. Aber nicht nur im Himmel werden wir Belohnungen bekommen, sondern auch schon in diesem Leben. Die Bibel spricht davon. Ihr seitet Markus Kapitel 10, Vers 29. Da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach, warte ich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meines Willen und des Evangeliums Willen, der es nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Wir werden schon in diesem Leben belohnt und die Bibel sagt tatsächlich, dass wir hundertfältig empfangen werden. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will hundertfältig empfangen. Gott hat uns große Belohnungen versprochen, aber das Prinzip ist eben, dass du viel investierst, dass du viel aufgibst, dich arm machst sozusagen in den Augen dieser Welt und dann reich wirst. Wir werden hundertfältig empfangen, jetzt in dieser Zeit, also auch schon in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung, ja, denkt dran, und in der zukünftigen Zeit, Weltzeit, ewiges Leben. Ja, wir haben eben das größte Ziel vor Augen, natürlich ewiges Leben, ich meine, wir haben jetzt schon ewiges Leben, aber wir werden eben in den Himmel einziehen, wir werden dann auch mit Christus herrschen und regieren und so weiter, aber auch jetzt schon werden wir extreme Belohnungen bekommen. Ich meine, was für eine Perspektive. Und in diesem Zusammenhang der Verfolgung muss ich einfach mal eine unpopuläre Meinung loswerden, ja, ich meine, es wäre nicht meine Predigt, wenn ich nicht irgendwas Unpopuläres sagen würde, nicht wahr? In diesem Zusammenhang der Verfolgung mal eine unpopuläre Meinung zu Open Doors. Du hast bestimmt schon mal gehört von Open Doors. Das ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Klingt nach einem noblen Anliegen, ja, keine Frage. Und du hast vielleicht schon mal diesen Verfolgungsindex gesehen, Weltverfolgungsindex, wo du eben ablesen kannst auf der Karte, wo werden Christen am meisten verfolgt. Das ist eine sehr interessante Sache an und für sich. Aber lass mich dir was verraten. Open Doors ist eine Schande. Open Doors ist eine verdammte Schande. Diese Organisation kommt nicht dem Missionsbefehl nach. Kommt nicht der Aufgabe nach, der sie eigentlich nachgehen sollten. Siehst du, all diese verfolgten Christen in anderen Ländern, weißt du was die brauchen? Die meisten von ihnen brauchen das Evangelium, weil sie keine Christen sind. Ich meine, was wäre, wenn ich dir verraten würde, dass koptische Christen keine Christen sind? Dass sie ein falsches Evangelium glauben. Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Katholiken keine Christen sind? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Pfingster keine Christen sind? Sie werden verfolgt, ja. Aber rate mal was, wenn du zum Beispiel in einem islamischen Land bist, dann wirst du eben verfolgt, wenn du kein Moslem bist. Das hat nichts damit zu tun, dass du wirklich Christusdienst des Evangeliums verkündigst. Dann rate mal was, die meisten Christen machen das nicht. Und wenn du nicht das Evangelium verkündigst, wenn du nicht ein gerechtes Leben lebst, ja, dann, dann kannst du nicht sagen, dass du um Christi willen verfolgt wirst. Weißt du was, diese Leute, die meisten Christen brauchen, sie brauchen das Evangelium. Aber das ist, was Open Doors nicht macht. Sie verkündigen ihnen nicht das Evangelium. Open Doors ist eine Schande. Sie sollten sich darum kümmern, dass Menschen in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden. Humanitäre Hilfe, schön und gut. Aber behauptet bitte nicht, dass das alles verfolgte Christen sind. Leider sind die meisten von ihnen keine Christen. Das ist schlimm, dass sie verfolgt werden. Aber ich meine, hier ist das Ding. Das Beste wäre, sie zu retten und ihnen zu zeigen, dass es in ihr Ehre ist, verfolgt zu werden. Wäre das nicht vielleicht die bessere Strategie? Was haben wir gelesen? Matthäus Kapitel 5 glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, glückselig sind die Baumherzigen, glückselig sind die reinen Herzen sind, glückselig sind die Friedfertigen, glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr warst das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch mähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort, jegliches böse Wort gegen euch reden um meines Willen. Freut euch und jubelt, denn ebenso, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Was ich hier feststelle, ist eine Steigerung. Von Vers 3 zu Vers 12 ist eine Steigerung. Und ich hoffe, dass du was Neues aus dieser Predigt lernst. Und etwas, was ich gelernt habe bei der Predigtvorbereitung war, dass wir eben diese Steigerung finden von Vers 3 zu Vers 12. Was meine ich damit? Überlege mit mir zusammen, Vers 10, auf wie viele Menschen trifft das zu? Vers 10 bis 12, auf wie viele Menschen, auf wie viele Christen trifft das zu, dass sie verfolgt werden um Christi willen? Auf die wenigsten, richtig? Auf wie viele Christen trifft aber Vers 3 zu? Glückselig sind die geistig Armen denn ihr, das reicht der Himmel. Das trifft auf alle Christen zu. Nicht alle Christen sind jetzt im Moment demütig. Wir müssen aufpassen, dass wir demütig bleiben als Christen. Aber als du gerettet wurdest, warst du demütig, ansonsten wärst du nicht gerettet geworden. Weil der Hauptgrund nämlich, dass jemand nicht gerettet wird, ist, dass er stolz ist. Ein stolzer Mensch wird nicht gerettet. Also Vers 3 trifft eigentlich auf alle Christen zu. Alle Christen sind gerettet, sie waren demütig genug, um gerettet zu werden. Vers 10 bis 12 trifft aber nur auf ganz wenige Christen zu. Und wir sehen eben diese Steigerung und was ich dir mitgeben möchte nach dieser Predigt ist, bleib nicht bei Level 3. Bleib nicht bei Vers 3. Sondern versuch, ein paar Level aufzusteigen und zu Level 10 bis 12 zu kommen. Aber dazu musst du natürlich XP sammeln. Wenn du früher deine Zeit verschwendet hast mit Videospielen, so wie ich, dann weißt du, was XP ist. Oder vielleicht hast du Duolingo. Ich konnte einige von euch dazu animieren, Griechisch zu lernen mit Duolingo. Du kannst auch XP sammeln. Wenn du aufsteigen willst von Level 3 vom Christen, der einfach nur gerettet ist und sonst nichts macht, zu Level 12, dass du verfolgt wirst und voll und ganz Christus dienst. Wenn du aufsteigen willst, dann musst du natürlich XP sammeln. Dann musst du Erfahrungspunkte sammeln. Das geht nicht von heute auf morgen natürlich. Aber lass mich dich dazu motivieren, aufzusteigen und dir Belohnungen im Himmel zu sammeln. Aber auch jetzt schon, dass du hundertfältig auch schon in diesem Leben empfängst. Was ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben? Dass du einiges aufgibst, was dir wichtig war. Dass du dich etwas arm machst aus Sicht der Welt. Dass du Trauer erträckst. Dass du sanftmütig wirst. Dass du eben einfach hinnimmst, dass die Welt ungerecht ist, trotzdem Christus dienst. Dass du Ungerechtigkeit hinnimmst, dass du beim Herzen bist, dass du rein Herzens bist, ein gerechtes Leben lebst. Was ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott würde dich segnen. Hier ist das Ding. Gott kann dich zum einen bestrafen auf Art und Weisen, die du dir gar nicht ausmalen kannst. Gott kann dich aber auch segnen auf Art und Weisen, die du dir gar nicht ausmalen kannst. Entscheide dich für das Richtige. Und ich finde die Seligpreisung extrem motivierend. Aus Sicht der Welt. Könnte es überhaupt nicht motivierend sein. Aus unserer Sicht ist es aber motivierend, weil wir eben ein Ziel vor Augen haben. Und was ich hier gesagt habe mit der Steigerung, dass du von Level 3 zu Level 12 aufsteigen solltest. Vielleicht stimmst du mir nicht zu. Ist mir egal. Das spielt keine Rolle. Wir können anderer Meinung sein. Das ist natürlich nicht die primäre Auslegung, aber die Bibel ist ein sehr tiefgründiges Buch. Wir können immer etwas Neues lernen. Und lass uns zusammen aufsteigen. Lass uns Level 12 erreichen und nicht bei Level 3 bleiben. Lass uns beten.